Ja, also wenn unten die Bäume fertig sind, die Plantage dann einmal aufnehmen. Kann ich oben noch weiter bewirtschaften? Oben kannst du noch nutzen. Ich muss nämlich erstmal hier unten die Etage fertig bauen, dass wir die andere nutzen können. Wo bist du, Alk? Hier, hinter dir. Ach so. Ich stand die ganze Zeit da hinten rum. Haben wir keine Holz mehr? Nein. Ich glaube nämlich, dass wir gegen den Sturm fahren. Ich muss erstmal abstellen. Weil erstens, wir haben keine Planken mehr und zweitens, das Ding ist heiß gelaufen. Ich glaube aber, wir fahren trotzdem da in die Richtung. Ich soll mal abstellen, so. Erstmal auslassen. Hä? Warum ist der eine wieder auf rückwärts fahren gestellt? Ich war nicht dran. Ich muss es nicht verstehen. Ich brauche jetzt für jedes Deckenteils vier Holz und für jede Wand zwei Holz. Ja. Das kann was werden. Aber hier kommt ja genug auf uns zu. So, Glibber brauchen wir noch zwei Stück. Für deinen nächsten Topf. Ja, lass die Zeit. Den setzen wir doch eh erst, wenn du den oben gebaut hast. Nö, den könnte ich dir doch da oben schon setzen. Aber wir brauchen halt auch wieder Metall dazu. Metall ist das, woran es gerade hapert bei uns. Wir bewegen uns nicht vorwärts. Wir stehen auf der Stelle. Ich habe jetzt sieben Holz und haue ich die erstmal in die Motoren und mache die an. Drei, zwei. Eigentlich würden wir uns ja nach vorne bewegen, sonst würde das Zeug nicht treiben. Jetzt fahren wir aber auf jeden Fall schneller. Kannst du kurz fahren? Ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Ist down. Ich bin unten. So, das heißt dort muss dann so ein Gedöns, aber da brauche ich schon wieder Nägel für, wenn ich das sehe. Ei, ei, ei. So, da kommt dort das Hotel hin, genau. So, ich brauche Holz ohne Ende. Ich brauche die ganz normalen alltäglichen Sachen auch nicht, gerade wenig Holz. Ich habe Kartoffeln und Fleisch im Gepäck. Fisch, das, das, das. Ey, du Arsch. Ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Du bist durch mich durchgerannt. Nö. Doch. Du warst hinter mir. Ne, du bist durch mich durchgerannt. Ich habe Aufnahmen. Hä, wieso steht das schon wieder auf? Warte. Fahren wir den ganzen Tag rückwärts oder was? Ne, ich muss das dann, wenn hier wieder Holz drin ist, anschalten und gucken. Das irritiert mich gerade. Ich weiß ja, dass das ähnlich andersrum steht. Ich glaube, da muss der Pfeil nach hinten zeigen, damit das... Vorne ist eine Insel. Genutzt wird. Genutzt wird. Ja, wir brauchen unbedingt Metall. Das ist eine normale Insel, also wo ist Chancen auf Metall? Denn hier werden jetzt die Nägel ohne Ende verballert. So, der Glibber da rein. Achso, Nägel macht mir doch aus Metallschrott bin ich bescheuert. Und ich bin eine Hohlbirne. Ich habe schon wieder nachgepflanzt. Was hast du? Ich habe aus Gewohnheit wieder nachgepflanzt. Äh, mach erstmal, mach erstmal. Das ist jetzt nicht so wild. Gehst du da mal raus? Ja, Moment. Ich sortiere gerade. Weil ich haufe Zeug im Gepäck habe. Wenn eine Insel kommt, möchte ich ein leeres Inventar haben. Damit wir hier weitermachen können. Dann, ähm. Blank platziert. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das, 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 das erste mal da rein. Und das Beet erst einmal hier rein. Ach, das ist auch nicht wieder gerade eine kleine Insel. Ne? Aber klein, ne? Ja. So. Äh, äh, äh. 2, 3, 4. 1 hin. Da haben wir es schon. Und dann machen wir jetzt die Wände weiter. Und dann, und dann, und dann. Sieht aber nach einer Insel aus, an der man gut tauchen kann. Okay. Ich glaub aber, ich muss bald essen. Ich muss hauptsächlich das erste mal Nut trinken. Ja. Ich meine in echt. Ach so. Heute spielt mir alles gegen den Strich, ey. Ja, dann mach mal, äh, in 10 Minuten dann aus. Dann gehst du erstmal ganz ruhig schnabulieren. Fahren wir mal vorwärts. Das ist doch kein Problem. Du musstest mir sagen, wann ich's nen Anker werfen soll. Ich komm nicht vorwärts. Wie, steht das bloß an der Stelle oder wie? Ja. Äh. Ich fahr sogar fast weg von der Insel. So. Nur der Hebel war umgelegt. So, jetzt fahr mal vorwärts. Und du kannst. Jo, also. Ärzte wird es hier auf jeden Fall geben. Aber unser Freund ist ja auch noch unter Wasser. Oh, ich brauch ne neue Axt. Ja, meine ist noch ein bisschen voll. Ich vernachlässige Schrott gerade mal ein bisschen. Das sieht schon mal schön aus. Das ist heiß. So. Da unten ist noch ein Baum zum Abholzen und dann war's das schon mit Bäumen auf der Insel. Ja, wirklich viel gab's aus der Engkiste hier. Nehmen wir raus. Und da Wasser müsste auch irgendwo eine Kiste versteckt sein. Bisher habe ich noch keine. Okay. Das sind Steine. Das ist Metallschrott. Da sammle ich den. Ich hab alleine in der Insel gleich verrundet. Ich hab ganze 2 Metallärze. Das ist aber nie wirklich viel. Ist nicht wirklich viel. Es ist halt schade, dass man aus dem Metallschraubkind Metall kriegen kann. Normalerweise müsste das ja machbar sein. Ich kann es nicht in den Ofen tun. Du kannst gerne nochmal schauen. Ja, ich spinne gerade, weil ich nebenbei auch Metallschrott einsammle. Boah, ey. Möwe. Was ist das? Ich bin der Überschrottel. Ich kann es nicht verbessern. Du 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 du. Gehen sie ja zum Rotetier, ist nix mehr. Na, ich bin auch gerade dabei. Da ist das Bötchen. Oh, da kommt Arschhoch angeschwommen. Ich bin nie blöde, du blöde Vieh. Ihr instant umdreht. Das sind halt blöde genannt. Ich hab ihn zweimal gehittet. Der mich aber auch. So, hier vorne war ich ins Wasser gerückt. Genau. Hier müsst ihr auf jeden Fall noch Metallschrott geben. Metallschrott, ja, Metall-Erz, Federzeige. Muschel braucht man nicht. Haben wir mehr als genug. Hier ist noch ein Erz. Kupfererz. Da hat der Darko ein Kupfererz übersehen. Oder absichtlich zurückgelassen. Aber warum? Davon haben wir auch über 20 Stacks. Ja, denk dran. Es gab das Update und da kommen neue Sachen. Da kommen aber auch neue Erze, Alk. Dadurch wird Kupferjank. Beim Rausspringen! Dieses verkackte, mistige, räudige Vieh, ey. Ach, Mann, Mann, Mann. Du kannst jetzt erstmal essen gehen, weil ich in der Zeit auch hier rausgehen würde. Ich weiß halt nicht, wann das Essen fertig ist. Ach so. So, ja, gut. Das dahin, das dahin. Kann ich hier auch weitermachen. Und jetzt fehlt wieder Holz. Jetzt fehlt wieder Holz. Halt. Halt sie, halt sie. Halt. Gut, Fehlalarm. Hab noch 30 Minuten. Okay. So, ähm. Wollen wir weiter oder hast du noch was Interessantes gefunden? Ähm. Von mir aus können wir weiter. Und da musst du aber hoch zum Anker gehen, denn so wirklich Holz haben wir hier im Motor nicht mehr drinne. Ja. Allein hoch zum Anker gehen. Ach. Zum Steuer. Ja. Ja. Ja, ich muss mal kurz schauen, wo überhaupt hin. Mhm. Mach das. Halt. Sajak. Anker los war. kiddo? Uhhh. Yep. Tässs. Naar. Taas. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Naar. mit meinen holz hat er sich auch gleich gesnackt okay wir haben nur das problem ohne die dinger fahren wir nicht im richtigen kurs dann warte ich habe gerade ein fass eingesammelt oder warte mal lass einfach mal so ich habe jetzt überall ein bisschen holz rein gemacht ich habe zwar nicht mitgezählt wie viel aber ich könnte an machen kaum noch welches ein eigenes voll ich bin ich habe das ganze zeug aus der insel den bolzen den brauche ich aktuell nicht die ist aber nicht auf der karte egal dass hinfahren starte storte nämlich direkt eine neue folge volle fahrt voraus man sieht sogar noch die an mit bäumen die du nicht abfällen kann viel spaß da sind safe wieder bären ich wette mit dir das kann sein und fliege fiecher wird es dort geben die stürme ich weit weniger als diese bären so die mögen mich aber auch mich regt es auch dass der motor immer wieder heiß läuft die ist alle nur so nebenbei ja mach mal bitte in den anker sonst schreiben wir von der insel weg tschüss danke das da rein das geht jetzt hier oben erst mal weiter fehlt jetzt mist so so das dann 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 doch ich dann 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 und dann Untertitelung des ZDF, 2020